Dropshot ganz ohne Knoten und das mit Gamakatsu Qualitätshaken. Das Ganze ermöglicht euch jetzt unser Dropshot 90 Haken. Ihr habt viele Vorteile, unter anderem einen rechten Winkel des Köders zur Schnur, keinen Knoten mehr, einen Silikonschlauch, der euch vor Abrissen bewahrt und einen weiten Gap zwischen Hakenspitze und Köder, sodass jeder Anschlag sitzt. Bis zum nächsten Mal.